Hey Leute, heute spielen wir ein kurzes kleines Horror-Spiel namens Fear Creek. Ihr werdet gleich sehen, worauf das Spiel hinausläuft. In dem Spiel spielen wir einen 15-jährigen Jungen namens Nathan. Nathan! Ein 15-jähriger Junge, der alleine zu Hause ist, weil die Eltern auf einem Business-Trip sind. Aber wisst ihr, wer da ist? Mein Onkel! Das ist nicht mal ein Witz, mein Onkel ist wirklich da. Also der Onkel von Nathan kommt zurück, aber irgendwas ist komisch an ihm. Ich weiß, die Handlung des Spiels hört sich an wie ein Meme, aber das ist wirklich die Handlung vom Spiel. Nathan! Nathan! Es tut mir leid, der Name tut es mir einfach jedes Mal an. Wir schauen uns das an. November der 21. 2003. Oha, das ist 20 Jahre einfach schon her. Krank. Die Zeit fliegt. Als seine Eltern in den Urlaub flogen, wurde Nathan alleine zu Hause gelassen und hat die Verantwortung. Das war, bis sein Onkel Eric zu Hause ankam. Eric heißt also der kranke Onkel. Ich erinnere mich noch an meinen Onkel, der hat mich immer den Kä... Sein Ei. Das ist eine andere Geschichte. Oh mein Gott, die Grafik ist Wahnsinn! Das ist irgendwie so ein eigenes Stilmittel. Wieso ist es so still in dem Spiel? Oh! Ey, kann sich die Tür nicht in die andere Richtung öffnen? Das ging mir voll in die Fresse. Vor allen Dingen ist es komisch, wenn mich direkt eine Toilette anlöchelt, wenn ich die Tür öffne. What is your problem? Sollte man das nicht eigentlich vermeiden? Also nur mal so als Tipp für den Architekten. Okay, aber es scheint so, als wäre im Badezimmer nichts drin. Wir erkunden erstmal das Haus und gucken uns hier um. Oh, die Haustür. Yo, es ist so still in dem Spiel. Man hört einfach gar nichts außer die Türen. Und natürlich sind wir patriotische Amerikaner. Autsch. Uh, hier ist eine unsichtbare Wand. Mist. Die haben kein spezielles Objective. Ich gehe jetzt einfach mal hoch in mein Zimmer. Hier ist die Küche. Und ich schätze einfach mal, dass das Zimmer oben ist. Weil Kinderzimmer sind in amerikanischen Filmen komischerweise immer... Oh, Ben. Das ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Nehme ich jetzt an, weil das sieht nicht aus dem Kinderzimmer. Uh, meine Eltern machen es sich bequem mit dieser Heimkinoanlage. Alter. Wenn das Zimmer schon so nice aussieht, wie sieht mein Zimmer dann aus? Ich bin eins von diesen reichen, weißen Kindern. Noah. Hä? Heiß ich nicht Nathan? Noah. Uh. Alter, was ein großes Zimmer. Und ein kleines Bett. Uh, ich habe mein eigenes Schlaf-Badezimmer und kein Spiegelbild. Das ist weird, weil ganz genau kenne ich unser Objective nicht. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, wonach wir suchen. War die Tasche die ganze Zeit schon da? Ich mache mal besser die Tür zu, weil das ist gruselig. Egal, wir gehen erstmal durch die... Oh Gott. Wann war das letzte Mal, als ich die Küche sauber gemacht habe? Ach komm, so dreckig ist die gar nicht. Ich meine, da liegen drei Teller rum. Das ist vollkommen okay. Linke Maustaste. Ich sollte zur Spüle gehen. Okay. Nächsten wirft die Teller einfach rein. Oder Noah. Ich weiß gar nicht, wer genau ich bin. Ich weiß nur, dass mein Onkel Eric heißt. Oh, sollen wir einfach alles in die Spüle reinwerfen? Okay. Jo, wieso stehst du da wie so ein kranker Typ? Ich sehe dich von hier. Und normalerweise müsstest du mich aussehen. Aber du guckst gerade zur Tür. Das heißt eigentlich schon, mit dir stimmt irgendwas nicht, Onkel Eric. Ich kann das von Weitem sehen, aber ich lasse... Okay, du bist gruselig. Wow. Hey, Kido, wie geht's mein Lieblingsnäffen heute? Und wir haben eine Antwortmöglichkeit. Ich mach dich denn extra so dumm, weil das ist ein komischer Typ. Großartig, wie war dein Tag? Es war sehr befeffend bei der Arbeit, aber ich bin froh, jetzt hier zu sein. Ich nehme eine Dusche, wenn's okay ist. Ja, klar, fühl dich wie zu Hause, Onkel. Mein Onkel kommt zu mir nach Hause, meine Dusche zu dir. Okay. Ach, der macht das jetzt wirklich? Kein Willkommensgeschenk oder sonst was. Er will nur in die Dusche gehen. Kann ich ihm spionieren? Jo, er ist wirklich in der Dusche. Ich liebe es auch, bei anderen Leuten zu duschen, weil das sind nicht meine Wasserkosten. Und was soll ich in der Zwischenzeit jetzt tun? Onkel, kann ich vielleicht reinkommen? Jetzt stehe ich hier einfach dumm im Gang rum oder was? Kann ich irgendwas in der Zwischenzeit tun? Vielleicht Fernsehen oder so? Oh, es geht wirklich. Guten Abend. Ich bin Connor und wir haben heute eine Spezialnachricht. In den letzten Wochen sind viele Personen verschwunden und machen der Nachbarschaft Angst. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Wieso habe ich das Gefühl, das hat irgendwas mit meinem verdammten Onkel zu tun? Oh, mein Charakter ist müde, deswegen verschwindet der Bildschirm so. Es ist alarmierend, dass Leute einfach so verschwinden können. Das passiert zu oft in der Nachbarschaft. Und es ist Zeit für uns, das ernst zu nehmen. Natürlich ist es Zeit für euch, das ernst zu nehmen. Ich meine, das verschwindet Leute. Die Polizei hat gesagt, dass sie jeden Fall von einer verschwundenen Person untersuchen. Aber bisher gibt es keine Hinweise. Also, bleibt alarmiert. Wir werden weiter über diese Situation berichten. Ja, besser ist es. In der Zwischenzeit. Das ist Connor. Und ich möchte euch erinnern, das ernst zu nehmen. Ähm, jo. Oh, ich glaube, der Typ, der die Leute zum Verschwinden bringt, ist bei mir gerade in der verdammten Dusche drin. Es ist höchstwahrscheinlich mein Onkel. Aber ich glaube, mein Charakter ist richtig müde. Ah. By the way, nur mal kurz zu anmerken. Das ist wahrscheinlich der dümmste Zeitpunkt, um müde zu sein. Aber okay. Wenn mein Charakter findet, das war eine gute, gute Nachtgeschichte, dann ist das halt so. Ich gehe jetzt... Oh mein Gott, ich gehe wirklich schlafen. Das ist ziemlich doof von mir, V. Äh. Jo. Ich träume von dem Nachrichtensprecher. Aber wieso bin ich an der U-Bahn-Station? Das macht mir ein bisschen Angst. Bitte. Ich habe keine Lust auf einen Jumpscare. Was passiert hier? Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dein Onkel kommt verspätet an mit dem Flug. Was? Was meinst du? Warum bist du so überrascht? Er ist im Haus. Mach keine Witze mit uns. Ich schwöre bei Gott, ich mache keine Witze. Wo ist der gerade? Schließ dich ein. Ich hole die Pistole. Der 15-jährige Junge hat Zugang zu Waffenschrank. Und eine Frage. Wie kann das passieren, dass ein Fremder jetzt in meinem Haus drin ist? Ich meine, erkenne ich meinen eigenen Onkel nicht? Okay, V. Oh mein Gott. Ich bin mit Taschenlampen ins Bett gegangen. Das ist schon... Hallo. Ist hier irgendjemand? Kann ich mich einschließen? Oh, es ist so dumm, das Haus jetzt zu erkunden. Kann ich nicht einfach durch das Fenster durchspringen? Huh? Oh. Ich höre was. Ja? Ist alles gut soweit? Wo ist denn die... Oh mein Gott. Er ist vor der Tür. Wo hat mein... Der die... Ich habe die Pistole. Yo. Papa. Der war ja viel zu schnell. Wieso war der so schnell? Müssen wir jetzt alles neu spielen? Oh Gott. Wieso gibt es kein Safe Point? Okay, wir machen das nochmal. Und in der Zwischenzeit, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich meine, dafür, dass ich mit meinem Onkel spiele, habe ich das verdient. Eigentlich nach dem letzten Vorfall sollte ich gar nicht mehr mit ihm reden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe... Hall. Okay. Wie machen wir das dann? Oh Gott. Onkel? Ah. Oh. Oh. Ich höre seine Schritte. Er hat mich nicht gesehen. Alles gut? Ah. Oh. Wieso erschreckt mich das? Ich wusste auch, was passiert. Was sollen wir aber hier tun? Können wir einfach durch die... Oh. Habe ich ihn erschossen? Durch die Tür? Er hat auf jeden Fall aufgehört zu klopfen. Hallo, Onkel. Ich... Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Wo ist er? Ich glaube, er ist da unten. Wir müssen uns beeilen. Alles cool. Ich habe ein bisschen Angst. In welche Richtung sollen wir denn laufen? Der ist zu schnell. Oh Gott. Wir sind in der Garage. Ist das gut? Hier können wir doch easy entkommen. Das müsste funktionieren. Das funktioniert. Haben wir es? Da kommt ein Polizeiwagen ohne Sound dann. Ein stiller Alarm. Credits. Das war's. Mist. Ist der Typ jetzt entkommen oder haben die ihn festgenommen? Gute Frage. Aber ehrlich gesagt, ich mochte das Spiel. Nur ich frage mich halt, wie kann man seinen eigenen Onkel nicht erkennen? Aber... Und woher wusste der Typ, dass ich auf meinen Onkel warte? Das sind Dinge, die ich noch nicht so ganz verstehe. Aber wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Von mir kriegt es eine 8 von 10. Weil ich mag so welche Minispiele. Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bye bye. es Mallation. Bis dahin. Willkommen bei.